Die Basis einer jeden guten Küche sind Grundrezepte. Und das Wichtigste ist die braune Bratensauce. Ihr startet mit Butterschmalz. Dann benötigt ihr Knochen mit Mark. Richtig krossbraten. Wenn die Knochen so geröstet sind, gebt ihr Möhrepoix dazu. Deutet nichts anderes wie Suppengemüse in Walnussgröße geschnitten. Das Ganze röstet ihr jetzt so richtig schön langsam braun. Fast schon schwarz. Das hier ist ein perfektes Röstergebnis. Jetzt benötigt ihr Tomatenmark. Gebt ihr so einen guten Esslöffel Mehl da drauf. Anschließend ein Schuss Rotwein, Lorbeer, Thymian, Nelke, Salz. Und jetzt mit ordentlich Wasser aufgießen. Und drei Stunden langsam einkochen. Die Basissoße ist fertig. Zum Abbinden ist immer wichtig, die Soße aufzukochen. Und dann Kartoffelstärke unterrühren und nochmal aufkochen. Das Ganze, wenn ihr möchtet und die Soße nicht sofort benötigt, füllt ihr einfach in ein Glas. Hält sich locker 14 Tage oder ihr friert es einfach ein. Viel Spaß beim Nachmachen.